hallo herzlich herzlich willkommen zurück hier bei seven days to die wo wir jetzt ja im letzten part abrupt abgebrochen haben und jetzt geht hier direkt weiter schon wieder bei den bei zombies hier sind jetzt hier irgendwie so klein wir wissen doch noch nicht genau ob hier tatsächlich ein städtchen ist oder oder wir halten ein paar kleinere gebäude sind das werden wir dann sehen natürlich damit dabei seid bei den bekloppten zombies wieder wo die hauen ich wurde hier haben wir ja warum noch mehr alter was denn hier los herzlich willkommen hier geht zum massaker also die motorsiege wäre jetzt schon gold wert wenn wir in der folge wohl die stadtwerks gut looten wollen alter ich treffe dich nicht jungen halt doch mal an hier ja das ist auch so ein beschissener rei war der hat noch so viel jetzt gibt es doch gar nicht hier jetzt reicht es aber ich habe keine pfeile mehr ein ordentlicher also da kommt noch einer gut also nehmen wir nehmen die ja die weine oder so sagen wir wollen wie bei mir keiner weiß bescheid weil die meint ist dann sind so ein aus dem kochen oder so ein ballon ob ab bleibt gleich liegen jetzt sagt passen alter ja so neunfall ihr power sie gerade scheiße ach so ja nur eine arche hallo Inventar. Da oben 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 oben. Kannst du auch so nehmen, von da aus. Dreieck. Ja, natürlich. Hier benutzen. Oh, ich werde gehauen. Alter. Wieso werde ich gehauen? Was hier los ist, oder? Oh, genau. Ja, der ist noch nicht da unten. Die Ratte. Jetzt aber, oder? Wo ist er da unten da jetzt? Meine Güte. So, was ist los? Wasser! Achtmal! Ja, gut. Das liegt an die 200%. Na, ist doch gut. Ja, klar. Guck mal, hier sind noch ein paar Grauen und Grau da. Hier sind noch ein paar Spiecher. Also, ich habe hier auch noch ein paar schöne Sandwitches für uns. Ja, gut. Wenn jemand mal was haben will. Hier liegt nur der Raver. Glasscheibe, Schießpulver. Natürlich erstmal hier die ganzen Konsorten hier noch abluten. Ja, ja, richtig. Ich habe mir gesagt, die letzten Krieger, oder? Der kann ich nicht mehr mitnehmen. Aber wir können wieder was zum Verwerten machen. Ach, wiesse, warte, ich mach jetzt erstmal hier die Klamotten. Mach doch die Klamotten auch kaputt. Ja, mach doch. Footballhelm, alles was an Klamotten ist. Zur Not kannst du die Autofedern auch Schraub machen. Die kann man immer wieder abbluten. Die kann es auch zu kleiner, wenn du willst. Ach, den kann ich nicht. Ja, dann schmeißen weg. Oder selbst auf. Ja, habe ich ja. Also. Dann schmeißen. Warum nicht? Das hier möchte ich auch ganz gerne behalten wollen. Was denn? Diesen Strahlenschutzanzug. Ja, dann behalten wir. Ist okay. Du machst das andere halt alles klein. Zerlin. Kann ich das hier auch machen? Ne. Was haben wir denn hier hier vorne? Ah, eine Batterie. Für das Auto. Ja, die hast du bestimmt abgebaut. Oh, cool, wa? Ja. Die brauchen wir. Lila, das ist auch top. 589. Ja, fast. Bis 600 geht's. Krass, wa? Scheinwerfer haben wir hier auch? Ja, die brauchen wir glaube ich auch für irgendwas. Hier nochmal ein T-Shirt. Kann auch weg. So. Wo ist jetzt hier? Ne. Oh, jetzt hat er wieder den scheiß Kaubo. Weg. Meine Güte. So. Okay. Ich hab auch erstmal ein bisschen aufgeräumt. Dein Inventar. Sehr schön. Hier liegt noch einer. Hab ich den nicht looted? Ne. Wann hat der? Ah, Bergbauhelm. Achso schon. Lila ist drin in den Leipzig. Ja, hab ich auch. Dann gehen wir erst für das erste hier. Den Einkaufs-Shop hier. Ja, würde ich sagen. Gehen wir rein hier. Tut mal kurz das Auto weg. Dann haben wir hier noch. Im Briefkasten ist noch ein bisschen Zeitung drin. Na ja. Hallo. Ich glaub wir sind schon wieder aufgeräumt. Kommt denn? Guck mal hier hin, ne? Da drinnen, ne? Ja, guck mal. Guck mal. Guck mal durch Fenster ein bisschen. Ich seh hier aber kein. Na, wer weiß, wo ripp wieder herkommt hier. Diese Hammergeräusche. Diese Lamageräusche. Lama. Ich wollte grad sagen, jetzt ist Ruhe hier oder was, aber nee. Das ist ja immer so an, als wenn die in der Ecke kotzen immer, ne? Mh. richtig lecker die bretter beiseite hier rechts ist ein zelt dran hier ja ja da liegt auch einer andere Ich schieße Pulver. Oh, hier ist noch mal so ein Schraubstussel drin. Ah, ein Rezept dafür, ne? Rezept, ja. Lern doch gleich. Lern eben mal und pack das andere mal rein, dann nenn ich das andere gleich. Ich war doch gleich glatt. Ach so. Ja, warte. Du musst die Zeit in diesem Auge behalten, ne? Weil ich schon mal in Ruhe entgehen. Lesen. Packst das andere wieder rein in der Kit. Von hinten an der Tür. Zack. So, jetzt hast du da. So, ich hab... Hä? Jetzt hab ich auf jeden Fall wieder Pfeile? Ne, hab ich nicht. Musst du welche machen? Hast du auch Fehlern? Hast du aber keine Steine, ne? Doch, Steine hatte ich eigentlich auch. Ne, hast du nicht. Warum hab ich auf jeden Fall keine Steine mehr? Ich hab die doch mitgenommen. Weiß ich nicht. Ach ne, hier oben sind's vom Hupkönner drin. Gib es Ruhe, Jan. Du beruhig dich mal wieder, jeder. Also, das war... Immer mit der Ruhe, Jungs. Immer mit der Ruhe. Jeder kommt ran. Hab ich Stoff mit? Ja, Federn. Baue ich die Couchen ab. Mit dem Stoff. Mach mal. Ich mach mal hier auf. Da du nicht unnötig ohne Stoff mit schleppen musst. Okay, was sagt die Toilette? Da ist gar nichts drin. Hab ich nicht hier so ein paar Schränke? Aber glaubst du wirklich, was finden wir hier auch nicht? Nee, was? Nee, weil falsche Häuser sind leider. Ja, müssen wir... Hast du die durch? Nee, noch nicht. Oh, Eisen. Ja, das Eisen ist immer gut. Mitnehmen. Deswegen auch viel Scrap mal halt. Mach doch immer. Ja, ja. Oh, ey, guck mal. Hier geht ne hoch. Ja, ganz nach oben musst du auch mal kurz. Weil da liegt vielleicht ne Leiche oder so. Oder ne Kiste. Was ist das denn hier? Holztruhe. Schon wieder ein Rezept für... Das sieht aus wie... Jagdgewehr. Bauplan. Alter, geil, oder? Mit Dreieck gleich leeren. Ah, ja. Also, ja. Weil wir müssen dann echt nach Hause bleiben. Ah, äh, ist sogar zweimal. Ja, ist immer bei 200 Prozent. Soll wir da reinpacken? Ja, kannst du machen. Warte, hier. So. Kannst du denn nochmal gucken? Jawoll. Hier nichts. Das ist doch ein Müllsack. Was ist das denn? Guck, ne Karte. Was für ne Karte? Ah, ne Schatzkarte. Das ist der Hammer schon. Zweimal. Zweimal. Na, so gut. Warte, gleich wieder... Ne, ne. Behalt ruhig. Ist doch egal. Stack, doch. So cool. Brauchen wir jetzt eh nicht lernen bei den... Dann macht er die Position für den Schatz von hier aus, nicht von zu uns zu Hause. Ja, das ist natürlich... Ist ja besser, ne? Ich würde sagen, wir gehen nur ein Gebäude. Weil wir wollen ja bestimmt nicht in der Nacht zurücklaufen, oder? Naja, eigentlich nicht, ne. Weil dann haben wir die Läufer hinter uns. Oder wir gehen... Meinen sagt, schaffen wir nicht mehr nach Hause jetzt. Naja, 20 Uhr wird knapp. Ich denke mal, so eine halbe Stunde entgegen laufen wir bestimmt. Meins? Boah, ich denke mal. Aber hier... Schaffen wir doch denn noch, oder nicht? Naja, ich sag mal, wir können ja noch eins looten. Ich wollte bloß grad gucken, wie groß das Ding hier ist. Und lass uns mal runter. Guck mal, hier das Auto, ne? Da ist doch bestimmt auch noch... Da... 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 Oh, Nägel. Na ja, gut. Da weg mal mit den Sch... Schlüssel... Schlüssel ran, wa? Ja. Nägel kannst auch klein machen. Ich geh mal hier noch schnell rein in den Haus. Ja, wir können auch... Wir können auch in der Nacht zurücklaufen. Ist egal. Da krieg ich jetzt aber nicht wirklich was raus? Ne, ne. Hauptsächlich bloß Leder und Eisen zum Anfang. Ach so. Also sozusagen, als wenn du das Innenleben abbaust. Ah. Und dann danach kommt so mehr so das motorische und Eisen-Octil. Und Benzin. Äh, Benzin haben wir ja mittlerweile auch schon genug eigentlich, ne? Weil ich hab zwei Bier. Ja, es ist eh kaputt. Ich hab zwei Bier, dann können wir nämlich die Rücktour... Komplett... Sprinten, ne? Ja. Komplett durchsprinten. Ja, dann machen wir das. Äh... Das kann ich doch jetzt eigentlich auch... Reparieren hier, das Ding, ne? Ich hab doch diese... Genau. Wo ist er jetzt da? Das war dann... Bisschen schlechter von der Falle geworden. Aber halt nicht. Wo bist du denn zu Gange? Ja, in den da, ja. Ich pack dir mal in den Kühlschrank nochmal... Wie teile ich denn? Wie hast du denn geteilt? Äh... Ich glaub R1. Oder? Ne. Wiss ich jetzt auch grad gar nicht. Muss mal ausprobieren. Bisschen. Oder warte. Ne, ist doof. Ich will noch nicht. Dann kann ich den nämlich in den Kühlschrank hier in Bier sein. Und wenn wir nach Hause laufen, dann trinken wir das. Dann kann man durch den Sprinten. Dann haben wir ihn doch ein bisschen Nacht mit drin, aber ist halt egal. Ja, naja, ist ja dann... Wird jetzt auch sowieso ein Vorerst, äh... Die letzte Folge sein, Leute. Also, die wir jetzt hier halt gemeinsam spielen. Wann ja, ich glaube, wie haben wir jetzt denn... Müsste jetzt denn die fünfte sein, glaub ich, ne? Ja, die fünfte. Ja, je nachdem. Dann werden wir bestimmt öfters nochmal machen. Je nachdem, wie die Upgrades natürlich auch kommt für die Playstation. Ja, ja, ja. Muss man halt sehen, ob man da natürlich weitermacht oder ob man neu anfangen muss oder kann. Weil halt ein großes Update kam oder so. Muss man dann halt natürlich sehen. Richtig. Und wie Felix halt Zeit hat. Ja. Und Lust. Alter! Was ist das denn alles? Na ja, ist ein schöner Brocken drin. Oder sind da die 123? Was ist denn das hier? Schrotflintenlauf. Okay. Haben wir schon. Na egal, können wir alles mitnehmen. Was war denn das andere? Können wir dann zu Hause mal gucken. Was war denn das alles? Na, alles Waffenteilermäßig. Pistole. Ne? Pistole ist das hier. Das ist für das Jagdgewehr. Das ist auch für Pistole. Das coole ist ja, wir haben jetzt einen Bauplan für das Jagdgewehr, ne? Ja, das Jagdgewehr könnten wir schon ein bisschen was zusammenbauen, ja. Das ist doch geil, oder nicht? Na gut. Ich finde, das sollten wir auch in dieser Folge noch machen. Brauchen wir halt auch Munition. Ja, wir haben glaube ich nicht alles für das Jagdgewehr. Naja, aber wir können ja schon mal ein bisschen was machen, oder nicht? Wir können ja noch was machen. Ah, halt, 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 halt. Wo ist der Kühlschrank? Dein Bier. Da gerade zu. Hier. Ach da. Oben. Genau. So, würde ich sagen, da hauen wir uns drin. Ja, ne? Ist schon halb 10. Ziehen wir los, oder wat? Ziehen wir los in die helle Hütte, warte? Moment. Und. Und los. So. Dann laufen wir querfeld ein, direkt. Muss man bloß gucken, wo das Heim ist. Da, ne? Zum Airdrop. Ja, genau. Zum Airdrop. Also in diese Richtung. Eigentlich müsste auch mein... Ja doch, da ist auch mein Schlafsack zu sehen. Ach ja, ja. Hat er jetzt auch ein Ding. Ist doch bei dir auch, oder nicht? Klar, genau. Ganz klein zu sehen, ne? So ein bisschen weiß, ne? Hm. Na, der Airdrop muss auch da ziemlich nahe liegen. Weil die geht ja trotzdem runter. Was denn? Ausdauer. Ne. Na klar. Ach ne. Mach mal hoch und hoch und ne. Hält halt bloß nicht so lange. Hält halt bloß nicht so lange wie, äh, Spiritus. Zuhause musst du mal eine Antibiotika sind ziehen, du bist infiziert. Das unterste Zeichen. Das unterste Zeichen. Ach so. Jetzt kommen sie schon, wa? Oh, ist gleich Zähne. Ja. Na, solange wir denn schon wieder los sind, bevor es dunkel wird. Ja, ja, ja. Das ist halt das Gute, wenn man jetzt die ganze Zeit erstmal rennen kann, ne? Ja, ja. Dann geht das ja auch. Dann ist das okay. Dann ist das okay. Wenn du dann jetzt gejagt wirst. Oh, jetzt geht's los. Das ist jetzt auch gerade mal Tag 3, wa? Ja, ja, ja. Ja. Deswegen normal musst du dann auch noch ein bisschen Verteidigung machen. Sozusagen Spikes nochmal rum, weil du dann noch so eine Horde nach überlebt, ne? Mhm. Ja, und dann, äh, Leute, das ist jetzt halt dann, wie gesagt, das wird jetzt auch erstmal die letzte Folge sein, die wir zusammenspielen, sagte ich ja nun schon. Und, äh, wir müssen dann sehen, wann wir das nächste Mal wieder zusammen was aufnehmen. Kann ich jetzt natürlich auch noch nicht sagen. Und, äh, falls dann irgendwie mal wieder ein neues Update kommen sollte, dann weiß ich natürlich auch nicht. Dann wird der Spielstand wahrscheinlich gar nicht mehr... Brauchbar sein, denke ich mal. ...existieren, glaube ich, ja. Das ist nämlich natürlich dann wieder ein bisschen doof. Aber naja, dann... Eventuell fangen wir dann wieder von vorne an, oder... Werden wir ja dann sehen, ne? Werden wir ja sehen. Vielleicht, da gibt's ja halt auch irgendwo mal ein anderes Spiel, was man so spielen kann. Man weiß es ja nicht. Ja, eben, genau. Oh, jetzt kommt Wasser, wa? Jump! Hup! 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 Was nun? Hinter der ist ein Zombie. Lauf weiter, da... Lauf! Da der ganz unter Wasser ist. Weil der läuft nämlich unter Wasser weiter, der Zombie. Und drück X dabei. Ja, mach ich ja die ganze Zeit. Also, ich drück halb, beziehungsweise... Bist relativ schnell. Okay, da wird da vorne mehr ein Taumel. Ich kann hier auch schon hoch. Okay, ja, äh... Noch, äh... Ist das aber vorhanden Bier, ne? Das ist gut. Ja, ja. Noch ist Bier drin. Also, scheint doch relativ lange zu halten, eigentlich. Ja, hält länger hier auf jeden Fall. Da ist ja gut. Wo ist denn? Ah, der ist jetzt weg, der Bier. Ja. Ah, jetzt sind wir auch gleich zu Hause. Dürfte der letzte See sein hier, oder? Hm, ich weiß ja nicht genau. Aber es sieht jetzt schon ziemlich nah aus, ne? Hm. Ich glaube. Vom Schlafsack her. Alter, ah, da ist ja Bär schon wieder. Nein! Haben wir den Bär gelockt? Also, ich glaube schon die Wunder, was der Bär wieder auch immer war. Der bewegt sich auch nicht. Pass auf, bloß. Geh bloß vorbei. Der bewegt sich auch nicht. Alles egal. Alter! Lauf! Ja, ich will noch ein paar Steig sitzen. Pass auf! Was ist denn mit der los, oder? Du blöde! Du blödes Arsch! Die hat doch geraucht! Die hat doch geraucht! Hat die uns von da hinten hervon wollte, oder? Kriegst du aus meiner eigenen Kopf, Jungen. Ja. Tabletten. Sandwich. Ich zieh da überall ran. Ecke rennt. Nein, das ist schon fast für mich. Ja, das ist schon fast für mich. Ja, das ist schon fast für mich. Zu. Also, wir müssen ja hier schauen, ne? So, ich kaufe mir jetzt auch erstmal gleich so'n, was du gesagt hast hier, äh... Antibiotika-Hosen, das. Ja, die so blauen Tabletten sind das. Und das reingepackt. Kühlschrank. Ja, hier. Sieben Stück. So, wie hast du jetzt? Mit 3-Halt immer mit 3-Halt machst du das und dann... Nee, ich will ja bloß eh eine haben. Naja, du gehst mit 3-Halt und dann isst du direkt eine. Ach so. Aber wieder, ich spalte das, wir sind jetzt auch gar nicht mehr. Äh, benutzen. Eine. Okay, jetzt ist das weg. Genau. Trocken bin ich auch wieder, weil ich am Feuer stehe wahrscheinlich, ne? Ja, direkt der Arsch trocken alles. Cool. Und was ist das erstmal für ein Zeichen da unter? Ähm, das ist, dass du erstmal eine Zeit lang, ähm... Immun bist. Was? Gegen die Infektion. Ah. Und ich sollte vielleicht auch mal gucken, hab ich genau was zu essen. Dann kann man mal sehen, was Antibiotika halt für eine Wirkung hat, ne? Ist erstmal immun gegen Zombie. Ey, komm mir jetzt einmal die ganzen Cent... Wird jetzt rennen hier. Ja, hau rein rein. Ich meine, kann... 20 Dinger, immer Gummi. Na ja, hau nicht so viel rein, weil dann geht dein Ausdauer runter halt, ne? Ach so. Deine Wellen, deine Wellen ist sozusagen. Ach so, ja ständig. Dann ess lieber ein, ein vernünftiger mit. Äh, ist ja noch was gekocht. Oder ne Büchse oder irgendwas. Ja noch geht das alles. Oh. Mir ist schlecht. Naja, hast dann halt, äh... Krankheit halt vorzeitig. Aber die geht jetzt nicht so komplett runter, ne? Also die 95 bleiben jetzt noch. Nein, nein. Minimum ist eh 60 oder 70. Ich weiß es jetzt nicht ganz. Also wie... Hä? Ach, ich hab keinen Hunger mehr. Nö. Das ist ja gut. Also weniger wie 60 oder 70, äh... Leben geht eh nicht. Ja, dann ist ja... Dann geht's ja auch noch. Was ist jetzt halt bloß denn genau, ob 60 oder 70 wie... Klebeband, bitte da rein. Äh... Was haben wir hier noch alles? Also Benzin haben wir jetzt. 231. Ja gut, oder? Ja, wenig. Ja? Ja. Wenn du schon... Ich glaub in so ein Moped passen... Weiß nicht wie hier auf die Dings aussieht... Aber in so ein Moped passen... Keine Ahnung... 500 bis 1000 rein. Oh. Das ist ja ganz ordentlich, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie es hier aussieht. Ich werd hier erstmal noch ein bisschen zerlegen. Wasserflasche ist doch hier auch. Müssen wir halt auch mal irgendwie so ein Fach machen, wo halt nur Waffenteile drin sind. Ja. Dass man so ein bisschen durchsieht, wegen die Waffenteile dann. Blei... Ja, können wir ja eigentlich mal gucken. Das war dann immer... Nehmen wir mal so ein Schrank hier oben. Da kannst du ja auch mal gucken. Du kannst ja auch anders machen. Du kannst auch eine Kiste bauen. Eine richtige. Eine eingebaute. Muss man gucken. Achso. Ja, siehst du, geht auch. Dafür doch das eine mal da hatten. Muss man ganz links, glaube ich, gucken vielleicht. Äh... Bei Möbel? Ne ganz links. Achso. Also Frauen rechts. Frau... Nein, ganz links. Was denn? Bin ich doch? Ja, da sollst du mal gucken. Bin ich doch drauf? Naja, das ist Frauen rechts. Was? Frauen rechts ist das. Ja, bin ich doch drauf jetzt. Ja, und da muss man gucken. Irgendwann... Da ist sie doch. Die dritte war doch da eben. Da unten, ne? Hier? Irgendwann mit Kiste? Steht da nicht irgendwas mit Kiste? Ja, ich sehe das selber kaum. Äh... Ist das urso eine lange Antwort. Ich glaube, das ist die... Aufbewahrungstruhe. Äh... Aufbewahrungssichere Kiste oder irgendwie so. Truhe. Genau, die war es da. Zwei Mal oder so vielleicht. Ja, dann haben wir gleich ein paar eigene Kisten. Dann kann ich die ja gleich hier hinstellen, ne? Oder was? Genau da, wo die Tische waren, oder? Wo ist das jetzt? Naja, weiß ich nicht. Äh... Äh... Hast du sie überhaupt gebaut? Ja, na klar. Da waren sie doch eben, glaube ich. Wo? Der Kleine da, neben Stoff. Ach, ist hier, ne? Die kann ich doch eigentlich... Da oben den Tisch da, oder? Die wollte ich eigentlich wegreißen, aber es ist egal, jetzt... Die... Die lässt sich erstmal stehen hier noch wieder. Äh... Da passt aber... Da passt aber mal drin, ne? Da passt aber mal drin, ne? Deswegen. Da passt da ein bisschen mehr rein. Ja, ich kann hier auch einfach mal gleich noch ein bisschen die... Das Waffenzeug und... Benzin. So, erstmal nochmal gleich noch ein paar Spikes verteilt, ne? Haben wir jetzt ein bisschen mehr, ne? Sind wir auf jeden Fall ein bisschen sicherer. Ist halt bloß immer doof wegen den Eingang, ne? Ja. Da müssen wir halt immer uns was umfallen lassen, vielleicht auch immer mal. Fortschläuft, ja? Ach doch, fortschläuft immer noch. Haben wir so viel Holz drin, die schmissen da... Ja, ja, da waren über 700 oder so. Ach so, na gut, dann brennt der über eine Stunde. Ich hab hier auch noch. Dann mach du erst mal. Hab ich hier noch Eisen? Das ist Eisen, ne? Ja, ich wollte auch noch mal drin legen jetzt. Ja, kannst du machen. Ich hab mir auch noch ein bisschen was bei. 3... Musst du aber glaub ich die Kisten aufmachen. 73? Ja. Ich hab hier noch... Wie die Kisten aufmachen? Die sind gesperrt. Ich glaub du musst dreieck lange gedrückt halten. Ach! Sonst kommst du da nicht ran, ne? Ja, genau. Dreieck lange gedrückt halten, denke ich mal. Und dann... Ach so. Hier, ne? Ja, genau. So. Mit der anderen auch. Na dann... Zack. Messing kannst du auch gleich rein machen. Kann auch gleich rein machen. Ist doch eigentlich mal Platz 2. Ach so, ja. Stimmt. Stimmt. Dann mach ich auch gleich irgendwann mal eins rein. So, dann kann ich nämlich in der Innküste meine Kunden... Äh... Haben wir hier noch was drauf drin packen können? Ne, eigentlich nicht, ne? Hast du jetzt schon irgendwo... Kunstteile drin? Ich hab ja... Hier in die... Linke, war? Hier in die Linke. Ach, was... Wann... Ich hab ja hier nicht in anderen Raum schon. Ach, was... Wann... Ich hab ja schon mal... Und dann hol ich hier noch mal raus. Und pack das auch da hin. Ja, muss schon. Die Batterie auch vom Auto, die liegt auch hoch. Dann machen wir hier wirklich nur Waffenzeug rein oder... Ja, so, ja. Die Linke. Wenn man einfach mal wirklich öfter so was gemacht, dann kann man wirklich... Auch mal dann auch streamen so ein bisschen Ordnung reinbringen. Ja, ja. Eben genau. Da kann man alles... Zwischende Folgen machen, so, ne? Kurz noch mal was auf dem Boden hier. Äh... Also zum Beispiel, du hast ja mal... Warte mal, ich guck mal irgendwo... Hat man ja auch noch einen Teil, ne? Hm... Ne, der nicht. Doch, der. Hat man auch ein paar. Ja, ja, da. Oh, da. Der Griff von der Schrotflintel. Oh, jetzt hab ich alles geludet. Na, egal. Na, lass doch. Alles voll in den Boden. Du hast Hunger. Ja? Ja. Oh, ja. Da ist ich hier noch einmal das Zeug. Äh, so dann. Ach, guck mal, der feine Herr, der hat das... Der hat das gute Fleisch. Ja, hab ich doch gesagt. Und ich fress... Und ich fress nur Büchsenzeug. Ja, gut, das ist ja ein Endeffekt das Gleiche. Gibt genauso Essen wie bei anderen. Er gilt um Prinzip. Er gilt um Prinzip. Ja, du hättest ja was drauf. Er gilt um Prinzip. Habe doch vorhin gesagt, du kannst ja die Eier rausnehmen, bevor wir los sind. Ja, ja, die Eier, die Eier. Na, Eier mit, äh... Die Eier, ja. Äh, Schweinefleisch mit Speck ist, äh... Eigentlich mit das beste Essen. Wenn, wenn du halt noch nicht, äh, diese... Ähm, ähm, ähm... Wildfleisch, äh, Suppe kannst. Pist... Was hast du denn da für ein Pistolen-Ding? Ist die nicht komplett? Ne, ne, ist die Pistolen-Chassis oder irgendwie sowas los. Na, dann können wir doch so ein Ding schon bald zusammenbauen, oder was? Ja, Pistolen-Rezept haben wir nicht. Ach, ne, stimmt ja. Für das Gewehr... Wenn wir bloß das Gewehr-Rezept gehabt, ne? Die 123 auch noch. Das hier? Nein. Ne, das hier nicht behalten. Ja, auch. Das ist ja Schrot. Naja, und das daneben auch? Das auch. Ne, das daneben ist für das Gewehr. Was denn da wäre? Naja? Ja, das will ich ja dann gucken, ob man das machen kann. Ach so! War das das hier? Das, das Blei, ne, oder? Das ist... Ja, Angelblei. Was ist das hier? Kurze Droh, ne? Ja. Ähm... Verwerten, oder was? Da, zercleanern. Puh, was wollen wir auch noch hier drin, ne? Ne. Brauchen wir noch Nägel? Kannst auch Klee machen. Ja? Ja. Geht gar nicht. Nee? Nee. Regeln, die kannst du dir mal nach links. Was kannst du da für mit Rezepte machen? Ach so. Alte Couch. Ja, die Möbel. Armlehne. Ach so, gut, dann kannst du auch mal eine Küste pangen. Wie die alten Bögen, die können wir ja alle wegklatschen. Die brauchen ja nicht, ne? Was ist das denn? Ach so. Ich glaube, wir kriegen mal hin. Warten wir mal in die anderen Sorten. Das ist schon. Ach, hier ist das. Ach, hier ist das. Mit dem Vatikan wollte. Mal gucken, ob das auch hier so funktioniert. Wie funktioniert. Wir haben jetzt auch schon richtig viel Papier, ne? Ja, Papier brauchst du für Spruchbinden-Munition. Siehst du? Den Kleber, den lege ich immer daneben. Ähm. Tumkleber. Guck mal, dann kannst du nämlich hier glaube ich drauf. Mit Dreieck, ne? Und dann musst du auch irgendwo zusammensitzen stehen. Genau da oben. Und dann kannst du nämlich das Teil damit reinziehen. Alter geil, wa? So, aber dann brauchst du halt noch das und das. Das da. Die Taschenlampe brauchst du nicht unbedingt. Die brauchst du nicht. Aber was ist das hier? Wir fehlen uns nur noch zwei Sachen im Prinzip, ne? Ne, hier ist das nur noch. Ne, ein bloß noch. Genau. Ich hab wirklich die Scheißbogen schon wieder aufgehoben. Ja, gewehrteile. Was fehlt denn da jetzt noch für ein Teil? Was ist denn überhaupt? Ja, gewehrteile, weiß ich nicht. Haben wir die irgendwo? Hier, was sind dort, sind dort Pistolen oder ja? Pistolen, ne? Pistolen, ne? Wir sehen aber gleich aus so ein bisschen. Oh, das ist schade, wa? Du hast halt den Vorteil, dass du dann halt siehst, zum Beispiel, ne? Du siehst da, ist jetzt hier so ein Strich unten, so ein Leerer. Ne, ne? Dann siehst du halt da, was fehlt. Ja gut, aber ich mein lohnt ja eh nix, wenn wir eh keine Munition haben, ne? Du hast keine Kohle, du hast keinen Nitrat. Kohle haben wir auch. Ja, aber du brauchst schon einiges. Ich glaube, brauchen wir ja bloß mal gucken für Munition, was wir da an Nitrat bräuchten. Erstmal musst du es killen. Du brauchst zwei Gunpowder, also zwei Schießpulver. Und dann brauchst du diese Tiere. Dafür brauchst du Messing und hierfür brauchst du Blei in der Forge. So, und für einen Schießpulver herstellen, brauchst du zweimal Kohle, zweimal Nitrat. Also das heißt, du brauchst vier Mal sehen für eine Munition. Ja, gut. Rechne mal hoch, wenn du so ein bisschen mit Munition rumrenn willst. Ich mein Schießpulver haben wir jetzt 23. Ja, gut klar. Aber du musst halt doch immer ein bisschen was fahren, sonst ist es echt... Ja, so von der Waffen her, ne? Also jetzt richtig so Knar, ne? Das ist doch schon alles ein bisschen rar, ne? Ja, oder du rennst halt mit einer Armbrust rum nachher. Achso, ja. Das geht natürlich. Armbrust kannst du natürlich auch, brauchst du aber das Rezept, ne? Braust du natürlich auch das Rezept. Wo hattest du... Du kannst natürlich auch anbauen, ne? Also wir haben ja alles da, ne? Wir haben ja Blaubeeren da, wir haben Mais da. Ne, wir könnten ja... Ihr könnt jetzt mit der Gartenhohe zum Beispiel hingehen und wir würden uns hinten irgendwie ein kleines Feld machen oder irgendwas. Dann würdest du die Mais, die Blaubeeren... Achso, ja. Ne, was wir doch das ehemal auch ein bisschen getestet haben. Ja, 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 genau. Ne, das kann man ja auch mal nebenher wachsen lassen. Wenn man halt wirklich dann, ne? So, okay. Tabletten habe ich hier noch, Schmerzmittel... Ah, ne, Schmerzmittel hattest du gesagt, sollte man vielleicht auch... Also ein paar sollst du mal mit Bayern, auf jeden Fall. Äh, wir haben das jetzt. Ah, so genau. Nein. Also Haldig Mats W noch in der Tasche. So. Habe ich noch. Ich sagte, ich schmeiß das auch mal alles raus. Ja, dann zieht man doch alles. Ja, gehst du. Das ist auch alles wirklich... Ja, wenn du das halt so... Ja, weil du halt doch nicht... ...geteilten Bildschirmen spielst, dann ist dann halt doch ein bisschen klein, die Schrift, ne? Ja. Aber naja... Was soll's? Wo ist der Glas Gluck da? Achso, ne? So, also noch ein bisschen raus. Ja, und du müsstest halt... ...deine Forge halt ständig anbrennen lassen, ne? Da müsstest du... ...Steine sammeln, du musst Eisen sammeln. Das heißt, einer müsste... Man müsste eigentlich mal auch so komplett... ...so ein Mining machen, ne? Also irgendeine Mine machen, irgendwo. Und würde halt Mining machen, damit du Eisen kriegst. Vielleicht sogar Nitrat. Gibt's ja unterirdisch auch. Und Kohle. Ne? Da du das alles irgendwo ein bisschen absammelst. Da du dann halt für ein Dings-Watt hast, ne? Ja. Gut. Gut, Leute. Ich würde sagen, und damit werden wir diese Session dann auch erst mal beenden. Genau. Das war eine kurze Session für ein 70 to Die als... ...Split-Screen oder wie sich das ja nennt, diese Geteilte hier. Ja, 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 ja. Genau. Und, ja, ich hoffe... ...hat euch auch mal ein bisschen gefallen. Das ist halt mal ein bisschen was Neues gewesen, so. Gerade auf, äh, auf mein... ...Channel, sag ich jetzt mal, ist das halt mal... ...das gab es ja so auch noch gar nicht. In dem ganzen Jahr, wo ich jetzt schon mittlerweile Let's Plays mache. Und, äh, ja. Würde ich sagen, wir machen Feierabend, wa? Tilli, wir machen Feierabend. Würde ich auch sagen. Bei uns ist die Uhr jetzt auch schon gleich... ...ja, 10 vor 10. Ja, genau. Und, äh, sollte jetzt auch mal so langsam reichen, ne? Genau. Wie gesagt, man wird sehen, was passiert noch mit Updates, etc. Und dann wird man sehen, wo wir weitermachen. Werden wir dann mal wieder zusammen... Werden wir bestimmt noch mal ein-, zweimal öfters machen. Na, ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Auf jeden Fall. Und dann könnt ihr euch die Let's Plays bei Felix auf dem Kanal angucken. Oder ihr schaut mal beim Livestream vorbei, bei mir, bei Tilli84. Wie ihr möchtet, lasst ein, äh, Kommentar da, ein Abo, ein Like. Alles da, was geht. Ja, super. Tilli, ich danke dir. Ich freue mich, dass ich mit dir spielen durfte. Ja, kein Problem, ne? Und, äh, ja, an die Zuschauer natürlich auch nochmal. Dankeschön für's reinschauen. Ja, und, äh, ja, du hast ja schon alles, soweit ich sag, ne? Ja, alles gut. Haben wir, ne? Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Äh, ja, haut rein. Ja, haut rein, Leute. So, bis dann. So, bis dann. So, bis dann. So, bis dann.